Die Welt der Paradoxien Die überwältigende Erfahrung, welche du Realität nennen wirst, beginnt sofort und kostet nichts. Nur eine klitzekleine Bedingung, der du zustimmst. Du musst vergessen, wer du wirklich bist. Erlebe und erfahre nun eine interaktive Welt. Eine Welt, in der du nichts falsch und nichts richtig machen kannst und lass dich verführen, dahin durch, zunächst bis an den Rand der geistigen Scheißegalhaltung zu wandern. Interpretiere auf die Fette der unbegrenzten Möglichkeiten. Erkenne die Illusion der Zeit. Lass dich erregen und testen, das logische Grundprinzip deiner Welt, tertium non datur, ein drittes ist nicht gegeben, im Spiel als Fehler zu erinnern. Schließe dich als einstmals ausgeschlossenen Dritten wieder an, um inmitten deines eigenen Wundertraums zu erwachen. Erfahre die erregende Eiseskilte des unbewegten Mittelpunktes und erschaudere ehrfürchtig inmitten des Inhalts der gleichgültig schweigenden Allton-Symphonie. Sei du der Impuls, der alles versteht, der durch eigene Reduktion der Allton-Symphonie deine einzigartige und nun erklingende Melodie zu entlocken vermag. Nutze die Chance. Bringe dein kreatives Potential individuell zum Ausdruck und verzaubere alles. Erfahre die Erinnerung des Ich Bin.